Uuuuuaaaaaa Uuuuuaaa Uuuuui Und herzlich willkommen zurück Zu Ultimatch Inghorst zusammen mit Panhouten Als Waschbär in grün heute Manuel als Affe in blau und sind wir immer noch als Pferd Oh wie süß Wir spielen heute wieder Custom Level Ihr könnt das hier wählen oder es unten drunter Okay, Alter wie soll eine Einheit Maudado, was Maudado stürzt? Grip, Grip Maudado Oda man, warum bist du? Du fällst grad vom Maze Bank Tower runter Kommt mir bekannt vor Oder was ist das für eine Szene? Ich fände da jemand stürzt viel mehr als Maudado Oh ja gut, ich stürzt viel mehr Ich möchte sagen, man weiß nicht ob das Palette oder vielleicht doch Osaft ist Äh Leute, wo starten wir? Von der Kleidungsfarbe her ist das Palette Weil Osaft hat keine so braun-rote Kleidung, die hast du Ich geb Maudado einen Hut Danke Äh Du musst nicht anfangen, wo ist Ziel? Den hast du nie gemacht Damit du den kleinen grieven kannst Ich kenn das doch Wir machen den ganzen Link nach oben einfach zu Haha, ich mach mal Oda das gut kaputt Aha, lol Wir gewinnen der Zeit Das wär richtig krass, wenn wir da noch sterben könnten Wenn das Finish irgendwo links gewesen Wir haben die alle so Zack tot Okay, ja gut, das ist eine sehr spezielle Aber ich muss sagen auch 90%? 90%? Was ist das denn? Du bist so ein Gönner verlooten Ja, so, ey Das ist ja richtig nett Ja, ich wollte es ein bisschen schwerer für euch machen Nein Äh, einfacher meine ich Weil wir haben ja in letzter Zeit gemerkt Dass ich doch da schon Einfach krass performen ziehe Machst du links daneben? Dann kann man von links so rüberhüpfen Hä? Ich kann es da nur so eins dazwischen machen Also es geht Probier die du mal Nein Was machen wir so? Dass man über die Stange ankommt Das wird ein Spaß jetzt Ich bin erst als der eine Die andere werden für alle verprügelt Sorry nein Brain Perfect Sprünge Zack Aaaaau Flieber Äh Ich auch Du hast selbst geschlagen Oh, du hast reingezogen Uhhh Uhhh Wie hat der das mit meinen Augen gemacht? Weil ich so viele Emotionen in den Augen hab Ich wusste gar nicht, dass es geht Ja Hä? Ah, meine Faust hat Palette getötet Und die Stacheln Oh mein Gott Oh nein So, du musst die Bienen nehmen Bienen Nein Wollen wir mal Bienen? Oh krass Geht das? Ja, die haben keine Hitboxen Ja, das geht Verstecke noch Bienen hier Weil sich jemand Bienen aus dem Ausholen möchte Was zur Hölle? Viel Glück Leute Ja, ich war vergrannt Ist egal Oh Ah Ja Ich hab's Gott Ja Wer liegt jetzt im Dreck? Wer liegt da? Ich? Ich hab's geschafft, Palou Hast du's gesehen? Ja, aber du sollst ja nicht warten Ich drück dir die Daumen Ich drück dir die Daumen Nein, ich drück das nicht Versprochen Ich schwör Spring Aua Okay, ich hab aber auch nichts gemacht Ich mein netter Papagei Du hast nicht abgelegen Du hast gesagt Oh Gott Als ob da echt einer reingeht Hallo Bien Okay, Gott sei Dank Oh Gott Nein Was denn? Ich hab meinen Hut kaputt gemacht Hattest du nicht verdient Nach der Paloudenaktion Ja Ja Also Ich dachte auch, du wirst Ehrenmann Ja geh mal da rein Ne Gewinn Mordado Warum? Wie hast du das Ding geschafft? War das Absicht? Ich hab gedacht, das Ziel wäre ganz links Und ich müsste links die Walden drunter rutschen Achso Ne Oh, noch einer Ja, lol Wie hast du das reinbekommen, Sammel? Hier, ich war's reingekommen Na gut Äh Ja, da war noch dieses andere Gerät da Es war ein anderes Aha Hast du einen Stein, der dich noch schneller nach unten zieht Perfekt Ey, das wird schrecklich Oh, ich wollte ihn nach unten locken Ja, ich hab's schon gedacht, aber die wieben Also der Gang hier ist wirklich eng Oh nein Ah, die Säge da ist ja perfekt Mh, danke, Spocklader Hehehe, bitte Ich glaub Schaffen das wir auch nicht? Jetzt Jungs, jetzt Jungs, kommt alle Vorsicht Ey, du bist so ein mieser Hehehe Hehehe Alle sterben da ran Ne, dann nicht Yo Mordado Hehehe Du lässt es wegboxen Schlag dich nicht selbst Hallo Hallo Auf dich selbst zu schlagen Paluten 90% Oh mein Gott Paluten gibt immer 90% Hehehe Das wird mir echt helfen Was wird dir helfen? Ja, damit ich die Pfeile da nicht mehr erwischen Hehehe Ich glaub so weit werde ich nie mehr kommen Zombey, du musst los jetzt Hehehe 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 Danke, Zombey 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 stimmt Hehehe Ja, aber warum? Hör raus Hehehe Ja Oh 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 Und doch nicht Ehre Paluten Ja Und du nicht Oh doch nicht Ey ist das seine Sch- Hey Ehre Manu Oh und doch nicht Ja, war Absicht Oh Ehre Mordado Das ist über Absicht, ey. Ey, dieses Teil. Hat einer eine Bombe? Wir haben das platziert. Mist. Mann, nein. Oh, jetzt fühl mich aber unwohl. Was soll das nochmal wieder hinsetzen? Ja, nur ein bisschen tiefer. Mit Shift-E kannst du's glaube ich auch drehen, dass es nach unten schießt. Was kann ich? Was? Shift-E? Als ob. Was? Soll ich das oder soll ich nicht? Wenn weiter oben. Ja, einmal ausprobieren. Sorry! Achtung! Zermel, nein! Jommo! Was machen wir jetzt? Wir müssen immer dann einmal so rau rumspringen. Und jetzt warten. Und jetzt wieder hoch. Und jetzt warten. Und jetzt wieder hoch. Mega, ja. Jetzt muss man nur an der Manusäge schnell vorbeikommen. Alter, was? Gamer? Das ist so möglich. Doch, das geht. Nein! Verdammt! Paluten wird es aber schaffen. Loll! Was? Ne. Oh, ich häng fest. Tschüss. Oh Gott. Ich häng fest. Au! Au! Oh Gott. Oh Gott. Au! Aua! Au! Du bist ja Jump'n'Run Rentner. So Zomba, ich rette dein Leben. Jetzt auch du das Dynamit nimmst, um das Honig dir wegzumachen. Ja! Du sollst dein Leben retten. Du bist die ganze Zeit daran gestorben. Ich weiß nicht, ob wir da vorbeikommen. Paluten. Doch, komm man. Klar, warum denn nicht? Also, ich komm dran vorbei. Hä? Challenge. Warum hast du denn Angst, ey? Ich will doch alle Bienen mitnehmen. Ah, da mit der Plattform. Ja, ja. Ah, lol. Okay, das macht's erheblich einfach. Okay. Oh, ein dummer Affe. Nee, schau mal, wie süß die Bär. Hut, Hut! Nein, ich war doch drauf. Oh, nee, warum bin ich gestorben? Ich wollte die Bienen sammeln. Oh, nein. Ich seh' nicht tot. Oh, nein. Ich seh' nicht tot. Oh! Wo sind die Pfeile hin? Oh, ich muss gleich runterfallen. Oh, als ob er's geschafft hat. Die Pfeile werden eingesamm... Was habt ihr da gebaut? Wahrscheinlich ein Schatzloch. Echt die Pfeile? Oh! Ja, das war ich. Au, nein! Wird nicht schon, Manu, dass er seine Pfeile deaktiviert hat? Ich mach' mal deine Farbenprobleme. Ja, danke. Boah, Alter. Boah, fast Manu überwollt. Ich war voll die Party ab. Wenn ich die Säge da sehe, brau' ich zu. Ich drohe euch. Komm, ihr so hoch? Das ist dann so ne Gabel? So rum, oder so rum? Ah, das ist so aufgehört. Ja, das kann sein, ja. Ja? Klingt gut. Ja, mach mal. Zombie Dog mit seiner Drohung. Bitte nicht! Bitte nicht! Drück, drück, drück! Manu will die Welt brennen sehen. Oh, cool! Wäre doch ne Mega-Dombe geworden. Das wär übrigens meiner. Wie gefällt er euch? Alter! Das ist doch zehnmal nerviger, als ich dachte! Was ist er? Leute, man kann da drauf stehen, what? Ja, man kann auf dem Wasser stehen, ja. Ey, ja, das versteh ich komplett, ey. Ja. Leute, ganz ehrlich, machen wir uns nichts voran. Das sind mal keine was, alter! Die Klaue dreht sich auf der Kehrtuch rum. Ich hab gedacht, die dreht sich in die andere Richtung. Einmal. Es sieht einfach aus wie zwei Fliegen. Die versuchen... Ins Licht zu kommen. Nee, nee, wir haben das gleich. Nee, wenn die drin sind, dann haben die immer so Probleme rauszufinden. Stimmt. Könnt ihr dir bitte auch finden, das Wort Fliegen in den Mund zu nehmen? Warum? Ach, wegen... Weil du... Mein Trauma. Letztlich letztes auch gemacht hast? Okay. Ja, irgendwie musst du halt Geld verdienen. Ich muss dir aber vorstellen, dass sie echt praktisch waren. Die haben quasi dein Fleischstück langsam für dich entfernt. Es sah eigentlich noch komplett aus. Trotz dessen, dass da 70 Stück dran waren. Wie groß war denn das Fleischstück? Ich hab so ein kleines Fleischstück im Kopf. Eineinhalb Zentimeter mal ein Zentimeter... Einen halben Zentimeter. So richtig winzig. Warst du groß, als du es verloren hast? Oder weißt du das nicht? Genau. Weil ich meine, du musst dir vorstellen, aus diesem Fleischstück sind 70 Fliegen entstanden. Das kam gar nicht mehr. Ja, ja. Doch, standen wir schon. Also... Jawoll. Und dann kommt die Klaue. Ja, und jetzt wieder unten. Gute Klaue, Maudado. Kein Ding. Ja, guter Hydrant. Warum flamst du meine Klaue mehr als diesen Hydrant? Gewonnen. Danke. Endlich checken sie es, ey. Paluen war ein Visionär. Das stimmt. Paluen war wirklich ein Visionär. Oh nein. Warte, wir können hier eine Plattform machen irgendwie. Oh Gott. Dreh ihn weg. Dreh ihn weg. Ich mach hier einfach mal eine Tür hin trotzdem. Oh, warum ist da eine Tür? Einmal wieder rein. Die Tür ist mega geil, ey. Oh, oh. Aufpassen, Leute. Aufpassen, da werdet ihr zermatschen. Ja, ich bin da. Ich bin da. Jetzt rein. Jetzt rein. Jetzt hoch. Hey. Ach, da kommt nicht rein. Nein. Oh, ne. Ich hab dein Stück kaputt gemacht, Maudado. Tut mir leid. Kein Ding. Ich finde einen neuen Stein. Du musst links... An ihm vorbei und dann links an die Wand. Oh, erstmal dahin. Diesmal. Danke. Oder das geht auch, ja. Weißt du, mir ist alles egal. Ich geh selber rüber. Mann, ich komm da nicht. Okay, jetzt ist Manu ran. Ja, der legt einfach rein. Okay. Da bin wir drin. Braucht der da eine Stunde, ey. Wo? Ich hab die zugeguckt. Was? Ich komm da nicht hoch. Okay, okay, okay. Palette, wenn du kommst... Nein! Komm, Maudado. Das ist eigentlich schon geschafft. Freude. Ich kann nichts mehr töten. Freude. So, jetzt rechts Robben. Ein bisschen dabben. Und dann hier so. Und dann hier so. Jawoll. Ich, der wär's im Ziel. So, Manu. Wollen wir das machen? Ja, mach mal. Kannst du? Kannst du das schwarze Loch drehen? Oh, stimmt. Das ist ja schon. Ich bin noch nie aus diesem Loch hier rausgekommen. Das ist einfach ein einziges Trauerspiel. So, da geht's doch nicht, Leute. Bitte etwas Geduld. Bitte etwas Geduld. Und jetzt ausrasten. Und jetzt. Jetzt komplett. Rein da, rein da, rein da, rein da. Ihr werdet keine Chance mehr haben. Keine... Hilfe! Auffassen, Leute. Jetzt rein. Rein, rein, rein. Rein, rein, rein. Oh, wo bin ich? Okay. Das war's wieder. Was war das? Jetzt haben wir jetzt noch rausgeschafft. Ich war noch in der Umdrehung. Oh, das ist eine Säge. Richtig. Links hat sich so viel bewegt, dass ich mich verwirrt. Jetzt. 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 Ich bin auch da. Ich bin auch da. Hä, ich bin wieder oben. Warum bist du denn wieder? Hä? Hä? Obwohl, ich muss mich korrigieren. Ich bin jedes Mal rausgekommen, aber auch jedes Mal an den Dingern gestorben. Aber warum denn? Ja, weil ich nicht so schaubel bin. Ich hab Angst. Oh mein Gott. Okay, ich darf nicht mehr durchrushen. Dann schaff ich's nicht. Komm, nimm mich mit. Nimm mich ins Abenteuerland. Ich hasse. Ich hasse, was du da gebaut hast. Warum denn? Ist doch cool. Ich find's schön. Danke. Ich hab mir sehr viel Mühe beigegibt. Wie mach ich das jetzt? Ui. Wow. Ui. Was? Ich lebe. Oh Gott. Wie? Was hab ich denn gemacht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verdient, verdient, verdient. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, ah, ah. Was für ein Ehrenache. Oh, und ein Nackter. Ohhhh. Ohhhh. Okay, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut bei German Let's Play vorbei. Dann gibt's GTA Videos, genau wie bei Paluten. Und bei Zombie gibt's derzeit Terraria. Tschüssi. Ich grüß meine Mama. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen, Leute. Tschüssi. Tö. Tö.